Jede Bewegung ist besser als keine, also Inaktivität und Schonung ist das Falscheste und Schlechte, was man macht. Heute dreht sich alles um die Muskulatur. Mein Name ist Prof. Dr. Ingo Frohböse. Ich leite das Zentrum für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und wir versuchen so ein bisschen gemeinsam mit Ihnen die ganz vielen Fragen rund um die Muskeln, rund um den Muskelabbau im Alter, heute zu beantworten. Und schon geht es los mit der ersten Frage. Kann man Muskeln im Alter wieder aufbauen? Die gute Antwort, ja das geht. Wir in Köln sagen natürlich, je oller, je doller, je älter ich also werde, umso anstrengender ist es Muskeln wieder aufzubauen. Aber das Schöne ist, dass Muskeln immer in der Pubertät sind. Weil die Muskelzelle erneuert sich regelmäßig und das bedeutet also, das wissen wir, Jugendliche kann man immer wieder nutzen und aufbauen und das gilt auch für die Muskulatur. Menschen, die sich viel bewegen, sind körperlich jünger. Kann man eigentlich sagen, wie viele Jahre das ausmacht? Ja und nein. Also es bewegt sich irgendwo in einem Zeitraum von zwei bis acht Jahren. Das heißt also, man hat durch körperliche Aktivität ganz schön viele Lebensjahre gewonnen. Insbesondere, weil natürlich Gesundheit dadurch viel länger erhalten wird. Denn wir wissen ja, Bewegungsmangel macht krank. Das heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass es immer nur darum gehen darf, Lebensjahre zu gewinnen. Das Wichtigste ist, dass Sport und körperliche Aktivität die Lebensqualität dauerhaft erhöht. Und deswegen kann es heißen, Sportler leben nicht länger, sie sterben aber gesünder. Gibt es Medikamente, die bei Sarkopenie helfen? Kurze Erläuterung, Sarkopenie ist ja der altersbedingte Muskelschwund. Und der resultiert daraus, dass eben Nervmuskelzusammenspiel nicht mehr optimal funktioniert. Und leider gibt es nur ein einziges Medikament dagegen. Training, aktiv sein, Sport treiben. Man kann da nichts gegen einwerfen. Muskeln muss man machen, die kann man nicht kaufen. Und das bedeutet also, Muskeltraining ist der einzige Garant dafür, dass Muskeln erhalten bleibt und die Sarkopenie, also der Muskelschwund, keine Chance bekommt. Wie viel sollte man in der Woche trainieren und welche Rolle spielt die Ernährung? Es ist relativ einfach zu beantworten. Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Und für das Training bedeutet es, ich würde mir wünschen, zwei bis drei Mal pro Woche ein Ausdauertraining zu betreiben. 30 bis 45 Minuten Radeln, Walken, Schwimmen, Nordic Walken oder sogar Joggen. Das stärkt das Herz, das stärkt das Kreislaufsystem, stärkt die Lunge. Und darüber hinaus, je älter ich werde, mindestens zwei Mal pro Woche Muskeltraining zu betreiben, weil die Muskulatur ist der wichtige Garant der Mobilität. Und damit das auch stattfindet im Körper, was wir uns wünschen würden, brauchen wir eine Ernährung, das heißt wirklich ganz wichtig, je älter wir werden, umso wichtiger ist die proteinreiche Ernährung. Das Eiweiß muss wieder auf den Teller. Das bedeutet also ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag an Proteinen sollten wir uns zunehmen. Und dann passt das Paket, Essen und Trimmen, beides bestimmen. Wie erkenne ich eigentlich, dass meine Muskulatur noch stark genug ist? Ja, ist auch einfach zu beantworten, das kenne ich am besten im Alltag, ob ich noch bestimmte Dinge machen kann. Aber es gibt auch einen Test und das kann jeder auch zu Hause machen. Innerhalb von 15 Sekunden gilt es, fünf Mal aus dem Stuhl aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Wenn man das nicht schafft, wenn man dabei sehr instabil wird, wenn man da aus dem Gleichgewicht kommt, wenn man die Hände dazu nehmen muss, reicht die Beinmuskulatur nicht mehr aus, um letztendlich die Qualität der Alltagsbewegung zu garantieren. Also, probieren Sie es mal, 15 Sekunden fünf Mal aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Das ist die Grundlage dafür, ob die Muskeln noch gut sind. Wichtige Frage, wie fange ich eigentlich an? Tipps für Einsteiger, also wie beginne ich mit dem Sport? Ganz einfach zu beantworten. Ganz gemütlich. Gemütlich deswegen, weil wir müssen ja erstmal den Körper wieder belastbar machen, alltagstauglich machen. Heißt für mich also, im Alltag Bewegungspunkte suchen, am besten über Gehen. Spazieren gehen länger, dauerhaft auch schon mal 30, 45, 60 Minuten. So bereitet man das Herz-Kreislauf-System vor und dann ganz regelmäßig mal mit Gymnastik wieder einsteigen. Morgens nach dem Aufstehen alle Gelenke durchbewegen, die Schultern, die Füße, das Kniegelenk, das Hüftgelenk. Also beweglich machen und dann dabei immer mal ein paar Kniebeugen vielleicht eingestreut. Das kräftigt die wichtigsten Muskeln. Wenn man das immer so in den Alltag einstreut, zwei bis drei Mal in der Woche, dann ist der Einstieg relativ leicht. Ah, kommen wir zum Thema Osteoporose. Wie hängen Muskeln und Knochengesundheit zusammen? Ja, wir wissen auch, Knochen lebt. Knochen braucht Stimulus und dementsprechend hängt gerade auch Knochen am Tropf der Bewegung, am Tropf des Trainings. Muskeln bewegen die Knochen. Und das bedeutet letztendlich, das wissen wir mittlerweile auch, dass Muskeln bestimmte Botenstoffe ausschütten, die richtig auch ganz entscheidend sind für die Knochengesundheit. Jede Bewegung hilft der Knochengesundheit, weil Muskeln aktiv werden. Also das heißt, Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Das heißt, Schritte sammeln und ab und zu ruhig auch mal die Muskeln trainieren. Ganz gut ist insbesondere natürlich auch Muskelreize in Form der großen Muskelgruppen Bauch und Rücken auszuüben. Denn, wir wissen ja alle, gerade im Bereich der Wirbelsäule ist die Osteoporose hochgefährlich. Das heißt, am besten trainieren wir Bauch- und Rückenmuskulatur. Krafttraining beugt also nicht nur den Muskelabbau vor, sondern schützt auch vor Osteoporose. Warum ist das eigentlich so? Ja, weil Muskelreize natürlich Zug und Druck auf die Knochenstrukturen ausüben. Und dabei schafft es dann der Muskel, die Knochen so zu stimulieren, dass Knochenabbau und Knochenaufbau wieder in eine Balance gerät. Denn wir wissen eins, mit zunehmendem Alter nimmt der Knochenabbau zu und der Aufbau letztendlich reduziert sich. Und genau das drehen wir um, indem wir regelmäßig Muskelarbeit, Muskeltraining betreiben, weil wir den Aufbau wieder stimulieren. Gibt es auch Trainingsarten, die den Knochen im Alter eher schädigen können? Erstmal würde ich sagen, nein. Jede Bewegung ist besser als keine. Also Inaktivität und Schonung ist das Falscheste und Schlechte, was man machen kann. Man kann allerdings sagen, der Knochen braucht dringend Belastung. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe oder wenn ich Gymnastik im Wasser mache, ist die Schwerkraft aufgehoben. Und das ist eben nicht so gut für die Knochen. Also Knochen braucht Stoßbelastung, Schwerkraftbelastung. Das, was dem Knochen also nicht gut dient, ist letztendlich Wassergymnastik und Schwimmen, weil da die Schwerkraft einfach fehlt. Und natürlich ist es so, dass unkontrollierte Spielsportarten immer eine Gefahr darstellen, weil es Aufpralltraumen geben kann, weil der Körperkontakt da ist. Also da sollte man eher vorsichtig sein. Das ist ein großes Problem. Wenn das ja noch nicht avere. Das ist einfach.